Hallo Leute, willkommen und ich stelle euch meine Trash jetzt mal vor. Das ist, ähm, wartet mal. Ähm, das ist Stinkratte und der ist, ähm, nervige Biene. Und das hier ist, ist Modeapfel. Und das ist der einzige Steak und das ist, ähm, und das ist, ähm, und das ist Eten der Wurm, Ekelfisch. Ähm, Gammelknödel, Müllmaiskolben, das, ähm, Baktus. Der ist, ähm, Gammel, Virus. Das ist ein Stinkerschuh. Der, ähm, ein, ein Elstinko. Der, ähm, rotz, rotz nass. Ranzige Steak. Ekelfisch. Ähm, der, ähm, mottige Motte. Der, ähm, giftiger Sondermüll. Das, äh, äh, eine Flasche, keine Ahnung wie sie heißt. Äh, Splitterflasche. Und der, und der, ähm, Komposti. Und der, Kargummi. Ähm, ähm, B-Kargummi. Der, das ist doch, Fernseher. Der, gebrauchtes Taschentuch. Das ist eine Biene, ähm, Das ist, wieder eine nervige Biene. Und das ist, ist, eine Schnecke und die saure Schnecke. Der letzte ist, wieder ein Baktus. Und ich hoffe, ihr hattet's wieder viel Spaß bei meinem Video. Und bis zum nächsten Mal. Bye.